Zuerst willkommen hier beim Spiel Lair Section und Galactic Attack S Tribute. Aus Asien eine Demo, zwei Spiele wie gesagt in allem April 2022. Ja ich habe jetzt natürlich hier einen zweiten Teil zuerst geholt und da kommt gleich ungefähr bei Mitte des Videos kommt dann auch der erste Teil aber für mich sehen beide gleich aus. Ja so ein Weltraum Shooter halt. Man kann auch hier Slow Motion machen. Wäre eigentlich besser weil in Slow Motion sind Gegner langsamer. Man ist aber selber fast genauso schnell wie vorher auch. Wir hatten hier Laser-Dings und Raketen kann man machen. Ziele kann man anvisieren so wie jetzt und dann kann man quasi mit Kreis Raketen machen. Wir haben auch bessere Schüsse als jetzt hier einen Laser-Schuss mit X. Sonst normal geht man das einfach nur mit X kaputt machen. Wie gesagt ich weiß es selber nicht was der Unterschied ist. Zwei Spiele sind da aber irgendwie. Der andere fängt ja auch genau beim ersten Level hoch an wie die hier hoch. Das ist exakt das selbe Level. Vielleicht sind ja nur mehr Gegner oder sonstiges weiß ich nicht. Das ist schwieriger ist also jetzt hier zwischen die zweite Version. Deswegen müsste es hier eigentlich schwieriger sein als gleich wo gleich kommt das erste Spiel. Deswegen bin ich sehr gespannt was da noch da passiert. Ansonsten hätten wir so Spiele ganz okay. Also dann bin ich schon mal wieder ein Shooter rausgebracht. Kein Laser-Spiel ganz so lange ey. Ja dann jetzt hier zum Beispiel kann man gut die Gegner anvisieren und Raketen machen. Das ist halt gut. So dann kommt jetzt hier gleich auch ein Endgegner. Halt. So das hier ist jetzt halt der erste Endgegner halt. Und wie gesagt im anderen Spiel. Hier ist halt der zweite. Im ersten Spiel ist ja doch exakt genau dasselbe Endgegner. Ich weiß nicht was da dran anders sein sollte. Ähm. Ja. Dass es zweimal nur weil das Spiel hoch oder anderen Namen gibt nochmal da rein zu machen. Also müsste wohl irgendwie die Version anders sein oder so. Ich glaube das Spiel war schwieriger als das erste. Naja. Wie war ich das hier noch gepackt. Aber man hat auch da auch Erohe und Unendlich Continuous. Deswegen war es mir egal. Wie oft ich da kaputtgehe. Ah ne. Unendlich Continuous. Sicher wäre es zu Ecrates. 0-3. Gut. Okay. Ja bin ich mal gespannt was gleich hier im ersten Spiel anders war. Jetzt selber jetzt hier während dem Kommentieren. Ob da was auffällt mir. Ja. So das war halt jetzt das erste. Ähm. Das zweite Spiel von dem Tribut. Ja mehr konnte man eh nicht machen als das erste Level. So und jetzt kommt dann halt quasi das erste Spiel. Jetzt hast du zuerst gespielt. Vielleicht hab ich es hier bei der Aufnahme natürlich ähm. Falsch aufgenommen. Egal. So jetzt kommt hier halt das erste halt. Kann man nicht machen. So das erste. So. Man ist jetzt quasi auch exakt irgendwie dasselbe. Aber ich wissen nicht weil da dran jetzt anders sein sollte ehrlich gesagt. Guck mal. Genau als selbe wir auch machen. Slow Motion. Exakt dasselbe kann man quasi machen. Ja. Alles klar. dort hier. Area 1. Toll. Sieht alles gleich aus. So jetzt hier ist nur Motion. Oben Gegner. Sieht alles exakt gleich aus. Also ich wüsste es nicht weil da dran anders ist. Ja ich glaub eben bei dem ähm. Da kamen mehr Gegner da raus oder so oder. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich wüsste es nicht weil da dran so toll sein soll dass die dann zwei Spiele rein machen wo er nur einen anderen Namen hat und nichts mehr bringt. Deswegen ähm. Tja. Weiß ich nicht. Sonst so. Alles so exakt so dasselbe. Na. Was heißt exakt. Ich weiß nicht. Ich bin nicht selben Gegner. Vielleicht kommen dann mehr an irgendeine Stelle oder so. Weiß ich nicht. Not. Oh. 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 Wah. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020